Passend zu dem Medienwagen Half-Medium Smart gibt es zwei Dokumentenkameras, die sich ideal dazu eignen, für den Einsatz fest verkabelt zu bleiben und in diesem Medienwagen zu verbleiben. Zu einen ist das die AVA, eine 4K Ultra HD Dokumentenkamera, die AVA M15W, W für Wireless LAN, WLAN. Die Kamera wird ganz leicht aufgeklappt, angeschaltet und kann benutzt werden. Genauso einfach ist es, sie wieder zusammen zu klappen und im Medienwagen anschließend zu verschließen.